hallo und herzlich willkommen zurück zu er macht ihr sein ding wie kann ich denn immer noch die aufgaben mehr angucken muss ich immer die ablösen aber gut wenn ich ins inventar gehen wieder raus geht dann ist es wieder okay gut wie konnte man zwar dauerhaft ausblenden und jetzt gucke ich mal ist hier vielleicht der typ drin aber der sache nicht war das der goldene zahn nicht hier immer noch ein robo da drin noch mal 500 punkte und der werkbank vielleicht irgendwo hier keinen bürger chip aber man konnte ja am anfang schon viel kaufen vielleicht ist deshalb nicht da analyse gerät ist wieder ganz voll das analysieren musikische saftfänger sehr schön ja dich ja brauchen wir brauchen wir und dann das ding ein pilz leuchter und schleimpilz fackel hier nicht noch eine werkbank irgendwo drinnen das den kann ich nicht benutzen dachte hier wäre auch eine werkbank drin gewesen offensichtlich nicht in der bürger chip lag halt immer hier oder an der ecke irgendwo rum also nicht mehr ja gut dann geht es halt wieder raus wird es schon wieder dunkel ernst so lange da drin was zum trinken vielleicht ich nehme noch ein paar von den dinger mit hätte man nämlich gerne hier eine schaufel gemacht und dann schon mal ein oder zwei mahn ausgebuddelt ja tüte rote ameise den können wir uns nicht holen sollte ja mal für den anfang reichen so da drauf und habe ich die jetzt entdeckt oder was muss ich da machen da zu machen noch kein plan aber wir gehen zurück hallo auch dicht zurzeit nicht brauchen schon aber machen kann ich nichts mit dir ich will mir eine schaufel bauen noch mal dramatisch ohne ende da will ich gar nicht hin ich will nicht zum haus nini wo sind denn jetzt diese türme hin hallo türmer da kloppt also ab und zu auf was ich machen muss ist home sweet home wir sind wieder zurück so mutation kriege ich ja nur wenn ich viel rum renne müsste ich ja irgendwann eine mutation bekommen richtig wo haben wir 1917 da können wir noch ein bisschen was basteln und zwar gerade erstmal gucken was kann ich denn noch analysieren denn ja nicht mehr allzu viel nur das ich wollte hier lang und dann mal ins wasser springen nicht wahr um das zu holen ja jetzt ist meine fackel kaputt noch nicht gut muss ich mir eine neue fackel machen ob können das kann das nicht da ist ach mensch und im dunkeln finde ich das auch ok trinkflasche madenau das war das hier mal alles abhaken was wir schon gefunden haben ich habe doch noch gar keine roten ameisen hittet so kriegt das hier schon angezeigt hier alles angezeigt ah ok hier saftleuchte schlampe drastisch zäune schildrahmen na da kann ich kunst und so sachen reinpacken ok ja gut wo sie spinrad kann ich machen werkbank püreegerät ey schon viel so schmiede bröde marmorscheiben habe ich nicht richtig denn her am schreiben muss sich wohl suchen ton ameisenbrocken saft spinnrad könnten wir machen was für eine decken habe doch mehr geschossige basen geholt wieso gibt es hier keine decken irgendwie seltsam wieso gibt keine decken ja wenn ich schon mal da bin der fliegenpelz brüder schleifstein spröde panzer würde marmorscheibe und hier heute kurz scheibe auch dem marmor um das ding zu machen war das richtig schmiede im eintrag also marmorschreiben gibt es hier nicht so jetzt aber 21 21 jetzt schlafen macht sinn aber nicht wie gestern nicht vorgestern das war blödsinn ja was war der plan dann war erst mal was essen dann alle abnehmen wie sind die aus fast alle kaputt passieren was sie haben ja die habe ich aber marmorschreiben wo gab es denn früher immer noch viel quatsit spielt keine rolle ich brauche jetzt auf jeden fall noch wasser bestimmt dann brauche ich das zeug hier drüben war doch irgendwo hier gibt es die stacheln ich lasse das hier extra langsam angehen denn wir müssen uns auch noch mal eine burg bauen und das wird auch schon wieder dauern davon keine 300 tage wie beim letzten mal das wäre nämlich echt zu lange oder brauche ich die burg dieses mal woanders hin was fehlt mir noch ach so warte ich muss noch pusteblumen kaputt schauen wo liegen jetzt alle hello wo sind die hin dazwischen dazwischen schon ok da müssen wir hin glaube schon ja man hört es schon ich muss hier hin so und die punkte abholen so und hier liegt nix rum keine scherbe ein einziger um nicht auch nicht mehr dann muss ich wohl in den armeisen baum so töte rote arbeiterameise das können wir jetzt einmal testen ach du doch nicht nee 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 du nicht und jetzt wo ich so brauche sind keine da ich höre doch welche ich höre doch welche hallo hm ah komm her eine ja müssen wir sowieso machen ich muss hier einen armeisenbau irgendwann essen ach guck an die fressen hier pilze das macht durchaus sinn mein inventar ist voll oh hallo zu früh für dich für dich brauche ich einen bogen äh so hier rennt das das so dann ist auch schon wieder voll super so äh spriggis passt nicht mehr mal trocken trocken kraft das zeugs passt auch nie mehr halt das aus dann geht es mal wieder ans analysieren aber eigentlich wollte ich ameisen kaputt schlagen oder da ok 2 wir haben noch keine mutationen gekriegt oh das übel ameisenbrocken rote ameisenkeule genau so wenn wir die haben dann haben wir schon viel dachelhalm ja das war jetzt nicht so doll ne für die rote ameisenkeule brauche ich ja noch ähm mantiblen oder ja genau so ist es ah klee poncho kellen schlucht kellen schlucht kellen schlucht kann ich noch keine große kiste basteln das alles so lange her ungefähr ein jahr ich guck mal eben ob ich nicht noch eine große kiste bauen kann müsste doch jetzt gehen da ist er soo soo mechel schalen, vier stück vier saft ab nur drei ich den wohl aus dem labor mitnehmen sollen hier saft perfekt man kommt hier das pflanzliche hinein und hier nicht als landlich heraus erst mal ich meine ja alles pflanzlich nach unten hin so das zeug krieg ist ja trockenes gras kleimpilz stengel hier aus kleimpilz stengel drin noch mehr kleimpilz stengel ja steine dahin bisschen ordnung machen so ein bisschen ja da und noch was den und in eichelbrocken ja ameisenteile das zeug das zeug impelz stengel kommen ja dann hier und so ordnung muss sein ok also rotameisen wie würde ich jetzt mal die schaufel worden die schaufel eigentlich immer nicht auf der 3 ich glaube schon nur am band 11 uhr gut dass das reicht noch ab zum baum maden fangen kleb und herstellen da war ich zuvor ehrlich aber warte mal in diesem anderen ameisen war er spähe eine kreatur hatte hier war eine kreatur kreatur komm her rote arbeiter arbeiter armeise die ich auch kommen sie her ach so ja da ist kein licht drin ok dann lasse ich mal maden papier waren maden sehr gut so wie viele brauchte ich denn für die trinkflasche drei maden heute drei maden heute ja komm noch ein mädchen mädchen maden und und ein noch okay das sollte ja schon reichen Was hier rumliegt, kann man auch mitnehmen. Ja, Wurmzeichen entdeckt. Das ist vom Wüstenplanet. Ja. Habe ich das nicht eben alles mitgenommen? Das ging ja jetzt flott. Na, komm her. Äh, ja. Okay. Was mache ich hier noch so? Ich kann die jetzt nicht alle kaputt machen. Ich kann hier nichts machen. Ich kann hier noch mal so ein Aufträge arbeiten, abarbeiten und Sachen analysieren. Richtig, richtig. Und in den Ameisenbau reingehen. Aber ohne Ameisenrüstung. Weiß nicht, ich weiß nicht. Wir könnten das ja mal testen. Das war er nicht. Hier ist er. Das wird aber gefährlich. Ähm. Fiat Lux. Ja, komm. Ich will ja nur gucken, ob hier... So, hier sind Armeisen drin. Und zwar ganz viele. Habe ich aber nicht gesucht. Da sind ja richtig viele Armeisen drin. Und dann das. Das habe ich gesucht. Bröde Marmorscheibe. Das hatte ich gesucht. Das Kiesel. Einen Kiesel habe ich nicht gesucht. Ähm. Ja. Ja, ja. Ja, das ist eine Soldier Ant. Wo ist sie hin? Da. Die brauche ich auch. Ameisenmantiblen. Also Unterkiefer. Muss auf meine Fackel aufpassen. Ist ja sonst nix. Von diesen Dingern hier. Da. Okay. Hier oben. Ne, da war ich. Da war ich. Und dann geht's ja jetzt nur noch. Und dann, da war ich. So, was ist gut. Und dann geht's. Oh, 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 oh. Oh, hallo. Na? Okay. Scabby. Dich noch. Und... Die Dinger. Genau. Hier oben ist der Zahn, ne? Da ist er. Okay, dann gibt es hier wohl nichts mehr oder doch. Oh ja, noch und noch. Und den. Ja, richtig. Alles sammeln. Oha. Kiesel. Ja. Ja. Sonst seh ich hier nix mehr. Na gut, dann. Dann geht's halt wieder raus. Na, also hier war ja immer jede Menge. Quarz, sit, Quarz. Wenn ich die angreife, ne, dann bin ich aber gearscht. Wieviele Teile habe ich denn? Hier, und drei Mantiblen. Okay. Jetzt hier eine von denen angreif. Tschüss. Ich bin weg. Bin da mal weg. Oh oh. Oh oh. Kann vielleicht eine nach der anderen hier hochgesprungen kommen. Oh. Ne, die machen das anders. Ich wusste, dass es gefährlich wird. Ja, die Wegfindung ist bei denen schon besser geworden. Finde ich. Komm her. Jetzt ist aber gut. Okidoki. Okidoki. Habe ich sie auch alle eingesammelt. Wo war denn das? Hier, ne? Hier war das. Die Trommeln des Todes trommeln immer noch. Jetzt nicht mehr. Ok, gut. Dann, äh, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Gehabt euch gut. Und Tschüss. 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 Tschüss.